Hi Leute, wir treffen uns wieder. Ich wollte dir nur ganz kurz Bescheid sagen, damit du Bescheid weißt, dass wir uns jetzt wieder treffen und du bist herzlich dazu eingeladen. Und zwar gibt es im Dezember jetzt, am 23., also direkt vor Weihnachten, an dem Sonntag, ab 16 Uhr ein Treffen, und zwar in Würzburg, einen kleinen Rohkost-Potluck bzw. Fruit-Hang-Out. Also bring einfach mit, was dir beliebt, am Essen. Es sollte eben vegan und rohköstlich sein. Du kannst auch einfach ein paar Früchte dir in die Tasche schmeißen, irgendwie ein Kilo Kirschen, Orangen, was weiß ich, für jeden mitnehmen. Oder was auch immer du daheim hast, Walnüsse oder eben was Leckeres zubereiten, Energy Balls oder irgendein Gourmet-Rohkost-Gericht. Auch egal, was auch immer dir da beliebt. Auf jeden Fall soll es dich eben nicht abhalten. Wenn du nicht nimm ein paar Nüsse mit, wenn du nichts zubereiten magst. Und es geht vielmehr um den Austausch, sich zu treffen, neue Kontakten zu knüpfen, einfach eine schöne Zeit gemeinsam zu verbringen. Und ja, das Ganze ist diesmal im Freiraum, nicht draußen. Wir konnten einen Raum organisieren. Die Facebook-Veranstaltung verlinke ich unten drunter. Dort sind alle weiteren Infos bzw. ich stelle den Termin auf meine Homepage. Dort seht ihr auch die Adresse, wo es hingeht, wo wir uns treffen. Jeder, der sich für Rohkost interessiert oder sich einfach mit Gleichgesinnten Menschen austauschen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Und ich freue mich drauf, dich dort zu sehen. Das war es eigentlich schon, diese Ankündigung. Und wie gesagt, ich freue mich drauf, dich dort zu sehen. Alle Infos sind unten drunter. Und dann mach's gut und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.